Ich heiße Alessandro Gesa und bin in meiner vierten Saison bei FAZ. Mein erster Verein war TVG Biasca und ich habe dort gespielt bis ich 14 war. Ich habe eine schöne Erinnerung und habe noch viele Kollegen. Mein Deutsch ist viel besser als mein erstes Jahr hier, aber es kann immer noch besser sein. Ich bin von Lugano nach Zug gekommen, weil Zug mir eine unglaubliche Chance gegeben hat. Es war wirklich eine richtige Entscheidung für meine Karriere. Mein Winkflug bei FAZ ist gut gegangen. Am Anfang bin ich eine achte Verteidiger gekommen. Jetzt spiele ich sehr oft und in wichtigen Situationen. Ich fühle mich sehr gut. Der Trainer Dachschäder und Walter Riemann. Ich verdanke mich für diese grosse Chance, sie haben sie mir gegeben. Und dieser Vertrauen, sie haben sie mir von Anfang an gehabt. Im Tessin habe ich meine Familie und viele meiner Kollegen. Es ist immer schön zum Dorgehen. Winkflug. Further Videos Va!